Da haben wir sie nämlich aus dem Bild. Ist dein Ernst? Ich bin im Kampf, willst du mich jetzt echt scannen? Ist da ein Witz? Ich glaube, dass ich es überlebe, während er mich scannelt. Jetzt scan schon. Alter, ich habe keine Schilde mehr. Ich muss weiter. Alter, da will der mich scannen mit einem Fight. Das ist doch ein Witz, oder? So, Schilde sind wieder da. Schauen wir mal, dass wir die hier rausziehen. Da haben wir schon mal kein Asteroidenproblem. So. Klein Master, auch dir ein Hallo. Wer fliegt hier rum? Das ist ja der komische Polizist. So, jetzt haben wir uns die Valkyrie, würde ich sagen. Könnten wir unsere Ketten ausprobieren. Die durchgehen. Nicht mehr interessieren. So, das war jetzt noch ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Die Aketten folgen noch. Die Aketten habe ich nicht, oder? Ja. So, jetzt werden wir uns mal... Da ist der Zweite noch. So, jetzt noch ein bisschen das Tempo runterfahren hier. So, ranhängen. Wo ist denn der Marker eigentlich? Das ist voll nervig. So, jetzt muss ich da. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Das ist halt der Nachteil, wenn man so kleine Schiffe hat. Aber sie laden ja zum Glück auch schnell nach. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp.